Jetzt gib mal ein bisschen Gummi hier. Das ist wirklich reine Muskelkraft. Guck mal, die Beleuchtung hier dran. Man ist sich unsicher, ob es ein Fahrgeschäft ist oder ob es vielleicht auch gleichzeitig als Stromleitung genutzt wird. Wir haben sogar eine Bremse. Funktioniert die? Brems mal. Na ja. Es quietscht auf jeden Fall. Tritt mit. Ich ziffert nicht so richtig auf die Sattel, aber eigentlich auch nicht. Komm, wir holen Sven mal ein. Ich muss mal aufnehmen. Scheiße, Mann. Das ist deinem Kopf nicht näher, wenn du nicht trittst. Was du alles gruselig findest. Ich fühle mich hier richtig sicher. Rutschst du ab mit deinen Füßen? Äh, nö. Also. Ich mach's halt richtig. Ich rutsch mit meinem Arsch ab. So, komm, wir gehen mal richtig gass jetzt. Du sitzt nur auf der Spitze von dem Ding. So, jetzt komm, hau mal richtig rein. Jetzt Vollspeed. Los, los, los. Dann kann ich gleich drehen, dann kriege ich hier raus. Vollspeed. Nicht so schnell ist Sven, ne? Ja, sonst ist gut. Ich muss jetzt das nicht gerade abnehmen. Ich muss jetzt abnehmen, ob ich jetzt gerade rauskomme. Ich muss jetzt abnehmen, ob ich jetzt gerade rauskomme. Ich muss jetzt mal ein Foto. Oh, das geht ganz schön weit runter hier. Du, guck mal. Eieieiei. Eieiei. Oh Gott. Und Matthias, schon cool, ne? Schon scary. Das ist gut.